Und damit der Welt herzlichen Willkommen auf meinem Rossi-Kanal der Vollachtiger Zeit und gleich in die Horror-Spielchen. Ein Hund bellt und spielen wir Down Under Play. Down Under. Ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, um was es geht, aber wir haben einen Hund bellt. Anscheinend suchen wir unseren Hund. Und wo sind wir hier? Blut? Totenkopf? Eine Leiter? Ich kann jetzt nicht ohne Richie die Flutter machen. Blut, wo sind wir hier? Wir müssen also unseren Hund zu. Was ist das? Was? Oh. You are dead. Play again. Yes. What? Shit. What? What the hell? What? What the hell? Hey. Come on, boy. Where'd you go? Oh no. Not again. Damn it. Shit. Hey. What? Andern Weg probieren. Where'd you go? Go. Ich probiere einen anderen Weg, Leute. Das Spiel ist schon abgedreht hier, ne? What the hell? The hell is all this? Ja, was ist das alles hier? Oh no. Goddammit. Nichts wie raus hier. Nichts wie abhauen. Nichts wie abhauen. Ja, klar. Aber er muss es mal finden, du Arsch. Immer wenn ich diese Teile nenne, dann kommt er. Ja. Der Hund. Jetzt heißt es, diese Teile erst gar nicht nehmen. Würde ich sagen, oder? Wir dürfen... Nicht nehmen. Wir hören den Hund. Aber wo? Who let the dogs out? Richie? Where are you? Richie? 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 Ich find's hier nie wieder raus. Und vor allem werde ich nie Richie finden. Scheiße. Das ist... Ich lauf mir hier ein Ast. Ich lauf mir hier eine Ast. Fröh echt. emotionsiv t. Ich habe doch irgendwo Bällen hören. Das ist dummes Stück. Ritchie. Ah, jetzt leck mich doch am Arsch hier. Ich finde denn seinen Hund nicht. Es gibt's doch... Der Ritchie. Oh, Ritchie. Sag mal, der Ritchie, jetzt komme ich ja nicht rein. Und wie komme ich hier rein? Ah, jetzt müssen wir noch merken, wo der ist. Er leckt mich doch am Arsch. Busch die Bälle. Ich muss erst mal die Energie hier finden, du Arsch. Reden wir so zu seinem Hund? Nein. Ich bin gerade genervt. Wir müssen hier irgendwie Energie finden. Und finden keine. Wir müssen das Tor aufkriegen. Und auffassen, dass wir diese Scheiße hier nicht nehmen. Dann sind wir gleich im Arsch. Fuh, Juhu. Wir finden ja nichts mit der Energie. Das ist auch nichts. Sackgasse. Super klasse. Aber wenn ich's mal ein Weg, wo hier eine Sackgasse ist, ne? Oh, no egg. Ja, Ritchie. Papa muss erst Energie finden. Ne Stromversorgung. Aber Papa ist zu doof, der findet nichts. Ziemlich langer Gang. Nicht drauf zulaufen. Leute, ich find hier nichts. Ich find hier absolut nichts. Ich kann rumlaufen, wie ich will. Ich find hier absolut nichts. Nothing. Absolut nichts. Oh, shit. . Ah, Mann. Das ist noch. Hey, come on, boi. Where'd you go? Where did you go? Wann werde ich ihm das jetzt nehmen? Ja, 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 Dirty G Where is her G? Oh, it's my mosh Ja, Freunde Ich quitte mal, ihr habt die Schnauze jetzt voll Das war Down Under Ich hoffe, ihr habt gleich ein bisschen Spaß Könnt ihr euch gerne selber runterladen und versuchen Ritchie zu retten Ich habe mal wieder hier den Überblick verloren Den Ritchie hat man immerhin gefunden Der Bälder nämlich Nur haben wir Die Stromversorgung nicht gefunden Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet Vielleicht habt ihr noch ein Like übrig Würde mich auch sehr drüber freuen Das war Down Under Wir haben keinen Strom gefunden Ich würd sagen Bis zum nächsten Mal Hoffentlich Genießt das Leben Enjoy your life Habt Spaß miteinander Verhaut sich nicht Ich sage tschö mit euch Und wenn ihr euch Euer Rossi Gorenner Thank you Goodbye Enjoy your life Das war Down Under Goodbye